Das unnötigste Nintendo-Zubehör aller Zeiten. Und zwar hat sich eine japanische Nähmaschinenfirma in den 90er Jahren gedacht, ach der Game Boy Color ist so im Hype, wie können wir davon profitieren? Wirklich jeder normale Mensch würde sagen, gar nicht, ihr macht verdammte Nähmaschinen, aber das wollte die Firma Jaguar nicht auf sich sitzen lassen und brachte das hier raus. Und seht ihr den Game Boy da rechts, den konnte man einfach per Linkkabel verbinden. Und das war immer noch nicht alles, denn sie haben ein extra Spiel rausgebracht, wenn man das so nennen kann, bei denen man verschiedene Stickmuster auswählen konnte, die dann automatisch auf euren Pullover draufgelegt wurden. Den Follow-Button müsst ihr hoffentlich nicht nachnähen. Ganz klar!